Vor allem bei Partys oder in Clubs weiß man nie so genau, was sich wirklich im eigenen Drink verbirgt und wenn es mal eine unachtsame Sekunde gibt, haben außenstehende Menschen mit bösen Absichten schnell die Chance, etwas in den vermeintlich so köstlichen Drink zu mischen. Für genau solche Situationen haben 4 amerikanische Studenten sich etwas ganz besonderes ausgedacht. Sie haben einen speziellen Nagellack entwickelt, der bei bestimmten Drogen und Substanzen die Farbe ändert. Heißt für die Praxis, bevor man sein Getränk an den Mund führt, braucht man nur unauffällig mal seinen Finger in den Drink halten und schon weiß man, ob man noch sicher lebt. Ob man diesen Nagellack auch irgendwann bei uns in Deutschland kaufen kann, bleibt abzuwarten. Bis dahin gilt, immer seine Flasche schließen oder sein Getränk immer im Auge behalten.